Mein Name ist Emma Blei. Ich bin gemeinsam mit meinem Vater die Geschäftsführung der Firma Blei und produzieren hauptsächlich Convenience, Rohwurst und Prühwurstartikel und haben hier in Zeven seit 2007 unser Zweitwerk. Für unsere Prühwurstproduktion, für die Zukunft abgestellt zu sein, haben wir in einen komplett neuen Rheinraum mit neuen Maschinen investiert und die Firma Nordwerk war in der Lage, uns innerhalb von vier Wochen hier eine entsprechende Maschine mit all den Wünschen, die wir hatten, zur Verfügung zu stellen. Durch die Länge von Slicer und Smart Loader war es eben wichtig, dass die Tiefziehmaschine eine entsprechende Länge hat, sodass man hinten eben auch die Möglichkeit hat, gut abzunehmen. Wir hatten eben den Anspruch, dass wir sichere Packungen zu produzieren, um eben auch die entsprechende Haltbarkeit zu gewährleisten. Wir fahren aktuell mit bis zu 100 Raketen die Minute. Wir haben eben den Vorteil der Oberbahn- und Unterbahnetikettierung, dass wir eben danach direkt sortieren können, direkt in Kartons packen können und das Ganze nicht nochmal durch den Versand laufen muss.